Hallihallöchen, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ihr Pfeifen. Genau, was machen wir heute? Feinste Rideout. Michelle ist am Start. Das ist die gute Leonie, die kennt ihr noch nicht. Die fährt bei mir heute mit. So, dann haben wir den Henry und Johanna. Die beiden kenn ich übrigens auch noch nicht. Die sind jetzt so ein bisschen neu dazugekommen. Die haben aber auch richtig fette Mopeds. Also die sehen richtig geil aus mit diesen lila Felgen so. Und dieser blau Optik, das hat was. Ein schönes Helmchen. Oh mein Gott, du bist mein Freund jetzt. Oh ja. Ich rufe euch alle mal an. Beitreten, aha. Moin, das ist lecker. Könnt man irgendwie hin, mit Benehm. Oh ja, Mama. Wir sind alle Tata. Oh. Ja man, ein bisschen Roddy, Roddy, Feder, Feder. Feder, 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 Feder. Oh yeah. Schöne Straßenbahnschienen. Alalalala. Und die Simsel, die Quaint. Und der Roller auch. Ja. Da, 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 Ba. Da, 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 tu, uh, 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 uh. Ohhhh. Alter. Henris sind mir qualmt der Übel. Ach, aber beim guten Henris liegt übrigens Michelle drauf. Wollte ich nur noch mal mit anmerken. Der macht das für ein Foto, oder? Geil. Mit Bus. Leon, dein dicker fetter Ständer ist noch auf. Soll ich dich anschieben, Henry? Ich finde schon geil, wie die Leute alle Auge machen, wenn man ein bisschen Rideout hier fährt. Ja Freunde, nicht wundern, wenn ich hier nichts sage. Die schreien ja alle komplett rum in diesem Gruppenanruf. Einfach alle komplett am ausrasten hier in der Gruppe. Alter, das ist seine Mission, Alter. Henry, du bist ein bisschen im Weg. Jetzt gibt es hier Beef, Alter. Mach mal die Tür auf. Direkt Route-Range gehabt hier, Mann. Ah nee, jetzt Landstraßenball. Wer schafft 70 hier? Mir tut gerade Robert voll leid. Robert! Der hier hinterher eiert auf seinen 900er. Robert fährt im ersten Gang schneller als wir alle zusammen. Ein bisschen Landstraßenballern, das ist schön, das ist toll. Ja, ja, ja. So ein Ding ist das. So sieht in unserer Ausfahrt dann wieder aus. Im feinsten 2024. Jetzt überholen uns die Autos endlich mal. Wenn wir mit der 60 über die Landstraße. Oh, Gurken. Oh, hier ist ein schöner See. Einen See kenne ich auch noch nicht, Freunde. Sieht ja voll geil aus hier, Mann. Da kann man voll Bilder machen und so. Ey, wirklich voll entspannt hier. Ich war ja noch echt noch nicht. Genau, also, Freunde, nochmal ein kleines Update. Leon hat eine SR50, habe ich gerade gehört. So ein Ding ist das. Da haben wir jetzt zwei S51, eine SR50, eine MT-09 und die SX hier. Von mir. Genau, so sieht das dann aus. Oh, Johanna und Henry, das Battle. Gucken wir, wer schneller ist. Oh, Scheiße, Henry. Henry guckt in die Röhre. Ja, da sind wir bald an der Teilstrecke. Dann gucke ich mal, ob ich hier noch eine Simson oder die SR50 nochmal fahren kann. Und dann mache ich natürlich auch da noch ein kleines Video. Hinten dran, meine Freunde. Ja, und dann war der Anruf weg. Ja, Freunde, also wenn der Anruf einmal weg ist, dann muss ich halt immer gucken wegen meinem Handy. Weil das müsste ich halt erst aus der Tasche wieder rausholen und wieder anrufen. Und das ist halt dann, ja, ein bisschen Mist. Aber das ist alles nicht schlimm. Da habe ich jetzt ein bisschen, solange der Akku noch hält, noch ein bisschen Zeit, euch was zu erzählen. So, die gute Leonie hier hinten drauf. Die wohnt eigentlich in Leipzig. Also, ich hatte die jetzt vorhin nicht allzu lange Zeit so kennengelernt. Und die fährt jetzt auch hin und wieder öfters bei mir mit. Ansonsten die beiden jetzt Johanna und Henry. Also, Henry mit der blauen Simson und Johanna mit dieser leicht lilanen. Die sind so ein bisschen neu in der Gruppe. Die sind jetzt neu dazugekommen. Ja, die sind so ein bisschen neu dazugekommen. Und, ähm, genau, wir gucken hier noch ein bisschen. Vielleicht bleiben die ja in der Gruppe drin. Das wäre noch ganz, ganz cool. Leon macht hier schon die ganze Zeit Road Race, geil. Alter, jetzt gibt es ja, jetzt boxt er sich. Hexenkutze. Alter. Boah, Junge, Leon, übertreib halt. Alter, Junge. Und, äh, du kriegst den jetzt nicht. Komm, Ronny. Ronny, wir distanzieren uns von sowas. Hahaha. Der steckt gleich aus dem Box dich. So, Freunde, wir sind jetzt hier beim feinstes Andro. Der jetzt hier noch mit seiner Kirekarre Kiste fein angerappelt kommt. Genau, Freunde. In dem Falle, wunderschön, geil in euch noch. Wir fahren jetzt hier noch eine kleine Runde. Leider ohne meine Kamera, weil die hat absolut keinen Bock mehr. Die geht halt Andro und aus. Und ich habe keine Ahnung, was das soll. Ich kaufe mir jetzt in zwei Wochen oder so eine neue. Mal gucken, wenn mein Gehalt wieder ballert. Genau, Freunde. Richtig geil. Und, ciao. Äh. 5,